Weißt du, wer für mich mein absoluter Goat ist? Wer? Hinteregger. Hinteregger? Ich tue mir von jedem, der mit denen gespielt hat, Infos rausholen. Ich kann nicht mehr. Wieso? Bruder, es fängt an bei Salzburg. Als Jungprofi kriegt Angebot von Florenz Serie A. Lehnt er ab, weil man kann da nicht gut jagen gehen. What the fuck? Ich bin 16, 17 Jahre alt. Wir haben zweimal am Tag Training, dann hast du so zwei Stunden Mittagspause. Gehst Kaffee trinken und nach Hause, keine Ahnung, dann kommst du wieder. Kommt er zurück zur zweiten Einheit mit blutverschmierten Jagdklamotten. Er hatte ja eine Zeit lang kein Smartphone und solche Sachen. Wir haben in den USA gegen Österreich in Wien gespielt. Waren im Club danach, so die ganzen Amis im Club. Da war ich auch bei Rapide, so Heimspielen. Auf einmal marschiert Martin Hinteregger rein. Alleine, keine Freunde, alleine. Ich sag auch bewusst alleine. Ich glaub, der wollte auch nicht mit jemandem irgendwie. Geht an die Bar, holt sich einen Eimer, knallt eine halbe Worte. und geht einfach wieder. Ich dachte mir... Digga, what the fuck? Wir haben keinem geredet. What the fuck? ...